Nix. Komm, die kennen uns doch jetzt. Komm doch wohl. Wer möchte denn kommen? Komm doch einfach mal hoch. Komm doch erstmal hoch. Das seht doch nicht. So, wie alt seid ihr? Hoch da. Mei, die Bücher. Ihr zwei, oder? Ja, bist du? Ja, bist du, oder? Ja! Ja! Es passiert doch gar nichts. Jetzt, jetzt, jetzt kommen sie an. Genau. Stellt euch mal so in einer Reihe auf. Pass auf. Es passiert ja wirklich. Es passiert nix Schlimmes. Große Aufsehen. Sieht doch mal, wie das ist, wenn ihr oben steht. Ist doch schön. Ist alles entspannt. Brauchst ein Achtz oder nichts? Das geht, ne? Okay. Der nächste Song heißt Discofieber. Ja? Ja, genau. Ihr müsst jetzt das tanzen, was ich hier von mir gebe. Ja, also bitte zuhören. Ne, macht lieber ein bisschen da rüber. Weil ihr braucht ein bisschen ganz drauf da schon. Gerade bei dem Salto war es immer rein. Also. Ne, alles gut. Okay? Ihr kennt das bestimmt so. Discofieber-Zeiten. Disco. Gut. Ich muss ja nicht mehr sagen. Einfach nur zuhören. Flo, hau rein!